Thomas Tuchel bekommt wohl seinen Wunschspieler in der Abwehr. Neben Min Jae Kim, der bei den Bayern bereits im Trainingslager aufgetaucht ist, ist man jetzt wohl auch bei Kyle Walker auf den letzten Metern. So berichten Sky Sport1 und Sportbild übereinstimmend, dass der Engländer bei City seinen Wechselwunsch hinterlegt hat. Der Transfer hängt nun davon ab, ob sich die beiden Klubs bei der Ablösesumme einigen können. Für die Citizens gehe es laut Sportbild jetzt nur noch darum, etwas auf Zeit zu spielen, um sich um einen passenden Nachfolger für Walker kümmern zu können. Die Bayern wird Walkers Entscheidung sicher freuen. Der Umbruch geht weiter.